neuer tag neues glück das war vom daily sortie und es geht direkt wieder los mit der mobile dev exterminate und der survival wann eine mobile dev und survival wieso immer diese langen mission der warum welcher von euch kackklappen hat kein level 3 der waffe mehr kein was bitte der typ der troll drum weil er kein level 3 war für ihn ausfüßt und idiot gut und so in wo du mussten dafür 3 erwarten aus das ganze starten wir haben wir haben wir gestartet und dann haben zwei leute mit in die gruppe rein ja und warum auch immer kam der eine typ und mit 19 drauf klicken und ist in unserer gruppe drehen deswegen ist unser teil abgeboren hat sich startet okay und der karl war zu blödes wechsel anscheinend und das kommt jetzt ein paar minuten kommt noch ein relay aufbau event oder so wieder weil vor zwei jahren gab so event da sind ein paar von den wieder ist kaputt gegangen bedeutet das dann dass die wieder verfügbar sind auf der map wenn die aufgebaut sind richtig bingo also das heißt neue level auf der karte wie leise wie leise wie leise wie leise wie leise und was ist damals passiert aber haben wir einfach in ihrem angegriffen und dann gab es event die verteidigen und daten als spieler kein bock und deswegen sind ein paar kaputt gegangen ach so jetzt sagen die wieder haben so Das war's. 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 Das war's.